4 oder 5? 4 oder 5? 4 oder 5? 4 oder 5? Alter, ey! Boah. Haben die mich da aufgehalten? Entschuldigung, wenn ich einfach mal so laut werde und auch wie ein Baby. Klinge. Aber das ist nicht immer so. Boah. Normales Skelette. Ähm. Scheiße. Ich hab zu früh getangelt. Es ist aber auch super schwer, ey, muss man sagen. Vor allem, weil da auch immer so viele Skelette kommen. Ja. 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 schon wieder ausgetrocknet manchmal das spiel also manche wachsen recht super nählich ja es richtig ja es richtig hallo diese lex heute hier sind ja super eckerhaft scheiße greift doch an aber ich kann es schaffen und so wie es aussieht wird man mich auch hier also einfach lassen ich ja 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 Oh, wow. 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 Shit, 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 shit. Oh, shit. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Es ist zwar machbar, aber wenn da so viele kommen. Spann doch. Hallo, kräft doch an. Nein. Doch, ich Idiot. Ja. Yep. Aua! Aua! Durch die Wand! Oh shit! Aua! Gut! Meine Fresse! Aua! 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 Ach, der ist... Ach, die kriegen auch so Schaden. Okay, interessant. Okay, die sind ein bisschen schwieriger jetzt. Wegen... Schusswaffen. Ah, okay. Aua, Sommerhull. Aber es macht unglaublich Spaß, ey. Bis jetzt. Na, komm. Aber dass hier bis jetzt noch keiner da ist. Das wundert mich. Da hinten ist ein Schiff. Das wundert mich. Ja, ist er gut. Sag mal. Oh, wieso greif ich das schon wieder nicht an, ey? Das ist manchmal so scheiße. Oh, Alter. Das ist manchmal so scheiße. Oh. Oh gut, die Hälfte aller Klicks, wo ich auf Angreifen klicke, naja, schluss geht nicht. Ich brauch langsam neue Kugeln. Na, lad nach. Der will zu mir. Jetzt, schon wieder. Er greift einfach nicht an. Was ist das? Oh. Hälfte? Hälfte die Klappe, du Kleine Hälfte. Ich hoffe, 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 dass der freundlich ist. Der Käpt'n! Hälfte die Klappe, du Kleine Hälfte. 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 Wow! Ja? Ja? Wer? Oh, ne! Moment. Ich kann... Nicht laden. Ich hab's geschafft. Hier. Schwimm doch! Schwimm doch! Ich hab's geschafft! 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 Vielleicht können sie den Schillern... Vielleicht können sie den Schillern... Ich hab's geschafft! Boah! Wirklich traurig! Oh nein! Mein Monitor krisselt wieder! Der ist leider ein bisschen defekt! Scheiße! Wo war'n das jetzt? Da hinten vielleicht? Madrid-Ich hab'sido! Ich hab's geschafft! Ich hab' mir leider nicht gemerkt wo das war! Neaaain! Alter! Da hinten! Schade. Aber vielleicht habe ich Glück und die sind blind. Ich warte, bis die weg sind. Boah, ist das ätzend. So ist das, boah, das ist echt, das ist echt schrecklich. Entschuldigung. Kannst du mal drehen, danke. Ich hoffe, die werden da nicht zu lange brauchen und vor allem den Schatz finden. Aber den werden, den Schatz werden sie auf jeden Fall finden. Aber vielleicht, ähm, vielleicht den Kopf nicht. Den Schild. Mann, sag mal, was ist denn mit dem scheiß Schiff hier los? Und da steuert das gegen. Und jetzt steuert das auf einmal richtig. Dann stehe ich was. Pff. Pff. Vielen Dank. Da hinten will ich anlegen. Und dann abwarten. Der Rest der Folge könnte also jetzt ziemlich langweilig werden. Und dann abwarten. Oh, 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 oh. Mal wieder Skelette. Boah, wir haben das so gut gemacht. Dann kommen diese halben Zwerge und machen ja wirklich alles kaputt. Hup, zack, hier ist es nicht. Nichts ist mir gegönnt. Boah, wir haben das so gut gemacht. Boah, wir haben das so gut gemacht. Ja, fahrt weg. Bitte. Sie fahren weg. Das könnte also jetzt möglich sein. Lass ich mir den Schatz holen. Ich fahr einen großen Po. Einmal um die Insel hier rum und dann zurück. Alter. Alter. Alter, diese scheiß Wellen manchmal. Sorry, aber das ist echt kacke manchmal. Ich drehe mal jetzt ein. Und jetzt volle Fahrt. vielleicht habe ich Glück, aber glaube ich nicht dran. Hallo Welle. Hallo Welle. Drei Sachen. Drei Sachen muss ich dann an Bord nehmen. Und dann. Und dann werde ich in diese Richtung flüchten. Drei Sachen muss ich dann an Bord nehmen. Drei Sachen muss ich dann an Bord nehmen. Drei Sachen muss ich dann an Bord nehmen. Nein! Den Schatz haben sie auf jeden Fall gefunden. Alter, ernsthaft. Und den Schädel werden sie auch gefunden haben. Alter, darf ich mal hier hoch? Au! Mann! Fuck. Das kostet Zeit. Hier war auf jeden Fall der Schatz. Ist natürlich weg. Weil ich den leider zu offensichtlich da abgelegt habe. Und den Schädel haben sie auch gefunden. Schade. Was ist denn da vorne? Ach, das wird meine... Oh, meine Kanonenkugelkäste, glaube ich. Oh. Oh, meine Kanonenkugelkäste. Oh. Ja. Schade. Ist leider weg. Es ist super schade, weil ich hätte da wohl locker 10.000 machen können. 10.000 Gold. Glaube ich zumindest. Werden, dass die gleich, äh, wiederkommen? Ja. Jetzt habe ich gerade eine, ähm, Errungenschaft bekommen, hier wegen... Ach, habt ihr bestimmt gesehen. Die haben gerade die fette Truhe, ähm, verkauft. Schade. Schade. Wir haben auch bestimmt gar nichts da drin gelassen, oder? Ich hätte die jagen müssen. Wir haben absolut gar nichts liegen gelassen. Schade. Ja, das war halt am Ende keine gute Idee, die, ähm, Sachen zu verstecken. Ich hätte die, die drei teuersten Sachen einfach mitnehmen müssen und abhauen müssen. Mehr nicht. Mehr hätte ich echt nicht machen dürfen, äh, machen sollen. Naja. Äh. Platsch. Dann würde ich mal sagen, beende ich mal diese Folge hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Boah.